Wir gründen schon seit 2006 Gesellschaften für Mandanten in allen möglichen Ländern und sind auf diesem Wege auch in die Kontoeröffnung für diese neu gegründeten Firmen involviert. Dabei muss ich sagen, war die Kontoeröffnung von Anfang an immer die größte Herausforderung. Bevor es digitale oder Fintech-Banken gab, war man auf traditionelle Banken angewiesen. Das war schon damals schwer. Ja, heute scheiden traditionelle Banken vielfach ganz aus, wenn man keine Substanz vor Ort hat. Geschäftsführer, Mitarbeiter, Geschäftsräume und so weiter. In UK zum Beispiel verlangen manche Banken gar, dass sogar die Mehrheit der Gesellschafter im UK lebt. Dafür haben sich eben mittlerweile viele digitale Banken aufgetan, die hier gerne in die Bresche springen, wenn sich die traditionellen Banken zieren, mit dir ins Geschäft zu kommen. Oftmals eröffnen diese Institute Konten für Gesellschaften in vielen Ländern und auch der Geschäftsführer kann in einem ganz anderen Land leben, der Gesellschafter sowieso. Totale Freiheiten gibt es allerdings auch da nicht. Viele Fintech-Banken sagen zum Beispiel, wir können ein Konto nur dann für dich eröffnen, wenn du in der EU wohnst oder die Firma sich in der EU befindet. Aber das ist ja doch für viele noch ganz machbar. Denn man muss natürlich wissen, es gibt eigentlich keine Anforderung, dass du ein Bankkonto hast im Land der Firmengründung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Mandanten meinen ja, okay, ich habe jetzt eine englische Firma und jetzt bin ich verpflichtet, in UK ein Konto zu eröffnen, weil das so vorgeschrieben ist. Das ist nicht so. Das Konto kann sein, wo du willst. Es spielt keine Rolle. Steuerlich, gesellschaftsrechtlich, völlig egal. Du kannst die Firma in einem Land haben, die Bank kann in einem komplett anderen Land sein. Und da sind natürlich die Fintech-Banken auf jeden Fall ein großer Vorteil, denn sie bieten ja diese Offenheit vielfach an. Dennoch sind natürlich auch die digitalen Banken nicht perfekt. Es gibt ja immer wieder Sorge, dass die willkürlich das Konto schließen und sperren. Und man muss auch sagen, ja, da ist tatsächlich leider was dran. Vor allen Dingen dann, wenn man jetzt irgendwie ungewöhnlich ist. Also das heißt, was weiß ich, man bekommt Zahlungen aus manchen Ländern, die jetzt nicht so gern gesehen werden und so. Also es ist natürlich alles schon nicht so, alles Gold, was glänzt, muss man ganz klar sagen. Ja, ist alles noch nicht so ganz perfekt. Aber je einfacher dein Business strukturiert ist und je unproblematisch das ist, desto besser wird es funktionieren. Wir wollen dir also heute zehn digitale Banken vorstellen im Ausland, die vielleicht auch für dein Unternehmen, wo immer es sich befindet, nützlich sein können. Ich will dir hier ganz klar sagen, dass die Liste hier basierend auf persönlichen Erfahrungen und auf Erfahrungen von Mandanten zusammengestellt wurde. Ich kann dir diese Banken, die wir hier vorstellen, nicht per se empfehlen. Ich kann nicht sagen, die sind super und verwende die. Ich kann dir einfach nur sagen, wir haben Mandanten, die sie verwendet haben und viele von denen sind damit ganz happy. Wir kriegen natürlich auch keinerlei Provision von irgendeinem dieser Institute. Also wir hängen da in keiner Weise irgendwie drin. Daher also uns interessiert auch deine Meinung. Kennst du eine dieser Banken? Würdest du die auch empfehlen? Oder sagst du eher, nein, mach das auf keinen Fall? Würde mich freuen, wenn du hier einen Kommentar hinterlassen kannst und deine persönliche Erfahrung teilst. Das hilft anderen hier in der Community ganz enorm. Und ehrlich gesagt auch uns. Viele Ideen, die wir hier entwickeln und dann in Videos zeigen, diese haben wir hier in Kommentaren zum ersten Mal letztlich wahrgenommen. Also das sind auf jeden Fall ganz wichtig, die Kommentare. Wir lesen die alle und beantworten eigentlich auch die meisten, hoffe ich zumindest. Also wenn du Erfahrung mit den hier vorgestellten Instituten hast oder auch andere kennst, andere digitale Banken, die du empfehlen kannst für Unternehmen, dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Nun aber zu der Liste. Die Banken hier sind aufgelistet in keiner spezifischen Reihenfolge. Die erste Bank hier ist Revolut. Revolut ist ein UK-Unternehmen, das wertvollste Fintech-Startup in Europa. Jeder wird Revolut kennen. Die machen persönliche Konten, aber eben auch Konten für Unternehmen. Was genial ist an Revolut, sind die Konten in verschiedenen Währungen. Du kannst auch Karten ganz einfach generieren. Du kannst die Karte letztlich hier online bestellen. Dann hast du die ein paar Tage später in der Post. Du kannst digitale Karten machen. Also kannst deinem Teammitglied in Zugriff geben. Es ist eigentlich eine gute App, wenn sie denn funktioniert. Konten kann man eröffnen für Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum, im UK und in den USA. Und man muss auch Resident sein in eben diesen Ländern. Also mindestens ein Geschäftsführer muss dort vor Ort sein. Das ist Revolut. Nächster Anbieter ist WISE, ebenfalls im UK. Konten für Unternehmen sind in fast allen Ländern möglich, inklusive auch den USA. Vielfach ist ja für Gründer von US-LACs zum Beispiel WISE hier der einzige Anbieter eines Euro-Kontos. Und damit hängt dann auch alles hier an WISE. Wenn dann mal irgendwas bei WISE nicht funktioniert oder die dich rausschmeißen, was passiert, dann stehst du da. Ansonsten, wenn es funktioniert, ist es eigentlich gut. Und Residence ist fast überall möglich bei WISE, außer bei kritischen Ländern. Dort kann man nicht wohnen. Nächster Anbieter hier ist 3S Money, ebenfalls ein britisches Unternehmen. 3S Money hat sich jetzt in letzter Zeit hier als sehr gute Alternative zu WISE präsentiert, wenn es um Konten für LLCs geht. Die machen nämlich auch Konten für US-Gesellschaften auf und für alle möglichen Gesellschaften. Und du kannst auch überall wohnen. Also wenn du in Thailand wohnst, eine amerikanische LLC hast und ein Euro-Konto brauchst, kann jetzt nicht nur WISE helfen, sondern eben auch 3S Money. Ein weiterer Anbieter hier, der seit vielen Jahren etabliert ist, ist PaySera. PaySera in Litauen. Konten können für Unternehmen in vielen Ländern eröffnet werden, allerdings nicht USA. Residence ist auch fast überall möglich. Nächste Bank ist Mercury. Mercury ist in den USA. Diese ist nur für US-Gesellschaften geeignet. Der Vorteil ist eben an Mercury, dass du hier tatsächlich überall wohnen kannst. Du musst nicht in den USA sein. Du kannst überall wohnen. Wenn du eine US-Gesellschaft hast, kannst du bei Mercury in der Regel ein Konto eröffnen. Auch ein gutes User-Interface. Auch Karten werden hier ausgestellt, virtuell oder physische Karten. Nachteil natürlich ist, wie immer bei allen US-Banken, du hast keine Euro-Konten, sondern tatsächlich nur US-Konten, US-Dollar-Konten. Was mir positiv auffällt bei Mercury im Vergleich zu vielen anderen europäischen Fintech-Banken ist, dass die ganzen Compliance-Probleme, an die man gewöhnt ist, schickt mal einen Vertrag, schickt mal eine Steuererklärung und so weiter. Das ist dort alles nicht gegeben, unserer Erfahrung nach. Ein relativ neuer Anbieter in den USA ist Relay. Relay ist im Grunde ähnlich wie Mercury. Das heißt, das gleiche Konzept, Konten sind nur für US-Gesellschaften möglich. Residence ist fast überall möglich. Das heißt also, es richtet sich auch an internationale Unternehmer, die in den USA Business machen wollen. Du kannst nur US-Dollar-Konten haben, aber ansonsten auch eine feine Sache. Der nächste Anbieter auf unserer Liste ist die Firma Pioneer. Pioneer ist ja sehr bekannt, auch bei vielen. Hauptsitz ebenfalls in den USA. Konten sind möglich für Unternehmen und Selbstständige in vielen Ländern, inklusive auch den USA. Ebenso ist die Residence fast überall möglich. Ich würde sagen, was Negatives bei Payneer ist die Compliance. Die ist schon ziemlich lästig. Und man muss auch sagen, dass die Gebühren doch ziemlich hoch sind im Vergleich zu anderen Anbietern. Ja, aber vielfach eben ist für manche, die Payneer nutzen dann diese Anbieter die letzte Möglichkeit, weil sie nirgendwo ein anderes Konto bekommen. Und dann muss man es halt entsprechend nehmen. Ein Anbieter, den viele von euch vielleicht nicht kennen, ist die Firma Wallester. Die kommt aus Estland, macht auch Konten für Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum, EU und UK. Also durchaus vergleichbar mit den anderen Fintech-Startups. Man muss eben auch dort dann wohnen. Wie gesagt, Firmen für US-Gesellschaften leider nicht möglich. Der neunte Anbieter auf unserer Liste ist Tide. Tide ist ein Fintech-Startup aus dem UK. Hier kannst du ausschließlich Konten eröffnen für britische Firmen. Das heißt, wenn du eine britische Gesellschaft hast und du jetzt bei Revolut oder bei Wise nicht willkommen bist, aus irgendeinem Grund, kannst du mal Tide probieren. Tide ist für britische Unternehmen gut. Residence, der Geschäftsführer muss in UK oder im EWR sein. Der letzte Anbieter auf unserer Liste ist die Firma InterGiro. InterGiro ist aus Schweden. Auch InterGiro kann Konten eröffnen für EWR, EU und UK-Gesellschaften. Und du musst auch in einem dieser Gebiete wohnhaft sein, um die App nutzen zu können. So, soweit mal unsere Liste hier mit zehn Anbietern von digitalen Bankkonten. Es gibt natürlich unendlich viel. Es ist ja ein richtiger Dschungel da draußen. Es würde mich interessieren, hast du Erfahrungen mit anderen Anbietern? Welche kannst du besonders empfehlen oder nicht? Und aus welchen Gründen? Wie gesagt, wir wissen alle, dass natürlich da auch immer viel Schatten ist, wo es viel Licht gibt. Das heißt natürlich, da werden Konten manchmal zugemacht und so ist alles nicht so ganz angenehm. Aber nichtsdestotrotz, wenn du Erfahrungen hast, dann lass uns das Ganze mal wissen. Grundsätzlich würde ich dir immer raten, schau die Sache mit dem Konto immer als erstes an. Zäum das Pferd in gewisser Weise von hinten auf. Eine Firma gründen ist fast überall einfach. Du kannst in den meisten Ländern, inklusive exotischen Ländern, innerhalb weniger Tage, vielleicht weniger Wochen eine Firma gründen. Mit dem Konto sieht es ganz anders aus. Wie gesagt, wir machen das seit 2006. Es ist seit 2006 ein ständiger Kampf. Und in gewisser Weise diese digitalen Banken, diese Fintech-Anbieter sind jetzt hier eine tatsächliche Erleichterung. Es ist mit den traditionellen Banken nicht einfacher geworden. Wir haben dazu auch ganz gute Beziehungen. Aber es ist eben schon die Latte relativ hochgelegt worden. Deswegen rate ich dir, wenn du eine Firma gründest, dann denk nicht nur daran, wo die Firma ihren Sitz haben soll, sondern denke daran, wo das Konto der Gesellschaft ist. Wir hatten das vielfach bei Mandanten, die zum Beispiel eine Firma in Dubai gegründet haben und dann im Grunde herausfinden mussten, dass das alles gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt so ein E-Commerce oder sowas europaweit machen will, wenn die Gesellschaft in Dubai ist und man dann kein richtiges Konto hier zur Verfügung hat. So, wenn du ein Unternehmen im Ausland gründen möchtest und dazu Beratung brauchst steuerlicher Natur, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören. Link zum Beratungsgespräch kopiere ich hier rein. Würde mich freuen, dich in der Beratung kennenzulernen und mit dir über dein Vorhaben im Ausland zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.